Hallo zusammen! Weihnachten ist immer eine ganz verrückte Zeit, auch für uns Katzenbesitzer. Ständig stolpert man irgendwo über Gimmicks, wo man denkt, da könnte doch die Katze zu Hause richtig Spaß haben. Mehr ging es vergangene Weihnachten so mit diesem Futterlabyrinth. Und wie toll das Ganze funktioniert, zeige ich euch jetzt in einem kleinen Video. Viel Spaß dabei! Guck, einmal Othello Katze. Futterbar rein. Viel Spaß beim Essen! WCB 1 10 11 12 14 15 15 15 16 60 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Dieses Video ist jetzt gewissermaßen der Startpunkt für wöchentliche Videos hier auf meinem Kanal. Dabei soll es um allerlei rund aus meinem Leben geben. Mal mehr, mal weniger interessant. Das entscheidet nur ihr. Wenn ihr Themenvorschläge habt, schreibt mir die doch gerne in die Kommentare oder postet mir die auf Facebook auf meiner Fanpage oder schreibt sie mir auf meiner Internetseite. Die Links dazu findet ihr in der Videobeschreibung. Ja, und das war es jetzt eigentlich auch. Danke euch fürs Zuschauen. Bis dann. Ciao.